Hallo, mein Name ist Damir Del Monte. Ich bin Neurowissenschaftler und es ist meine Freude und Leidenschaft, spannende Erkenntnisse aus der Hirnforschung, der Psychologie und der Medizin so zu präsentieren, dass ein Lernerlebnis daraus erwächst. Ein Lernerlebnis, das direkt in praktische Kompetenz übersetzt werden kann. In diesem Video möchte ich unseren Ausbildungsgang in angewandter Neurowissenschaft für Coaching und Psychotherapie vorstellen, der in Kooperation mit der Eilert Akademie in Berlin stattfindet. Was zeichnet diese unsere Kurse aus? Als Forschende mit großer Praxiserfahrung vermitteln wir aktuelle Erkenntnisse aus der Hirnforschung lebendig und vor allem praxisorientiert. Die Ausbildungsmodule sind multimedial, sehr flexibel, handhabbar und als Hybrid-Events von überall zugänglich. Unser Didaktik-Konzept, getragen von einzigartigen 3D-Visualisierungen, lässt auch anspruchsvolle Inhalte zum reinen Lerngenuss werden. Unsere Absolventen erklimmen dank eines wirklichen Verstehens der Hintergründe mit ihren Coachings, ihrer Psychotherapie oder ihren Trainings neue Dimensionen. Doch lassen wir die Absolventen selbst zu Wort kommen. Ich bin, wie ich schon mal erwähnt habe, eigentlich mit permanent offenem Munde da gesessen und versuchte, das alles aufzunehmen. Da ist man dann fast ein bisschen blockiert und mal zwischendurch mal wieder zu sagen, wow, wow, wow. Es ist unglaublich, wie viel Wissen wir im Kurs vermittelt kriegen, was auch mit uns was zu tun hat. Auch unsere Themen können weiterentwickelt werden, aber auch, was wir im Nachhinein noch an Wissen bekommen. In dir jemanden gefunden zu haben, der das mit so viel Leidenschaft aufbereitet und präsentiert, dass selbst die schwersten Dinge verständlich werden. Du bist ein Genius, ein lebender Genius. Vielen, vielen Dank auch für diese unglaublichen pädagogischen Fähigkeiten und für den didaktischen Aufbau. Ich bin echt geflasht. Und das ist genau das, was ich immer gesucht habe und nirgendwo gefunden habe, weder im Studium noch bei anderen privaten Ausbildungen. Und da, mir ein ganz großes Dankeschön an dich. Ich finde, ein Teil ist auch diese Leidenschaft, die du einfach für das Thema hast. Weil auch wenn es hart ist, die ganzen Begriffe zu sehen, deine Leidenschaft macht es einfach leichter, es dann zu verstehen und besser zu verinnerlichen. Dankeschön. Die Vorgehensweise jetzt auch technisch, didaktisch perfekt. Also diese hybride Variante lebt aber auch ganz stark. Und das muss ich schon an der Stelle sagen, an der Form, wie du es machst. Also das ist große, wie soll ich sagen, fast Ehrfurcht jetzt von meiner Seite, weil ich auch an drei Fachhochschulen vortrage und immer wieder versuche, neue Wege zu gehen. Und wie du das so schaffst und mich auch in den Bann gezogen hast jedes Mal, das war genial. Also ich war permanent focus on, also nie abgelenkt, abwesend oder sonst irgendwas. Und das musst du zusammenbringen. Also das ist schon echt geil. Ich hätte mir gewünscht, oder schließe ich mich dir, Astrid, an, dass in meinem Medizinstudium mir jemand die Neuroanatomie und das Dazugehörige so lebendig beigebracht hätte. Das wäre richtig cool gewesen. Weil mir wahrscheinlich auch mehr hängen geblieben, als tatsächlich hängen geblieben ist und mir auch viel mehr Zusammenhänge klar geworden. Und das war auch bei mir definitiv nicht der Fall. Ich glaube, habe ich öfter gesagt, ich liebe das, wie du es vorträgst. Du inspirierst mich und ich bin total berührt von deiner Haltung. Den Blick für den Menschen, das berührt mich so. Ich bin's genial. Ich freue mich total auf Januar und auf alle anderen Aufbaukurse, die da noch kommen. Damir, du bist der Wahnsinn. Dankeschön. Ich hatte heute so ganz viele Glücksgefühlsmomente, wo ich so dachte, aha, aha, das ist so großartig. Auch mit M-Trails, die das zusammenführen. Deshalb danke ich dir auch sehr für die Erläuterung da und MeSource genauso. Und das bringt mir jetzt so ein Bild. Du bist für mich nicht nur ein unendlich weltklasse Fachmann, sondern auch so ein Rolemodel für so einen grandiosen Menschen, der die neue Zeit mit aufbaut. Das Gehirn besser verstehen ist so viel mehr als nur Wissenskompetenz. Es steigert vor allem die Praxiskompetenz, weil es die Mechanismen hinter dem Sichtbaren zum Vorschein bringt. Es erhöht die Professionalität, weil tief verstandene Erklärungsmodelle Souveränität schenken. Auch wird der Blick auf die Welt und auf sich selbst geschärft. Eine Reise durch das Gehirn ist eine Reise durch ein Abenteuerland. Auf geht's! Auf geht's! Bis zum nächsten Mal.